Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge House Stone. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen weiter im Ranked. Und zwar werde ich mal ein bisschen versuchen hier in der Ranked-Ladder aufzusteigen. Wir spielen ein bisschen, was soll ich wirklich Wild spielen? Ich glaube wir spielen wirklich ein bisschen normal Ranked. Und ich würde mal gerne mit einem Deck ranken, das halt auch wirklich, mit dem ich sehr sehr gut umgehen kann. Oder mit Decks, mit denen ich besser umgehen kann. Das ist einmal der Menagerie Rogue, würde ich heute mal gerne spielen. Und dann vielleicht noch irgendeinen Schamane oder einen Renolog oder einen Murlocs Zoo oder sowas in die Richtung. Mal gucken, wir lassen uns da was einfallen. Und ja, ich will einfach ein bisschen im Ranked spielen, dass wir ein bisschen Rang hochkommen. Und ich habe außerdem noch zwei Quests, wo halt sagen, einmal Mage und einmal Rogue oder irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr, Mage Hunter oder Rogue und irgendwas anderes. Und deswegen spielen wir jetzt den Rogue eine Runde. Ich finde, es ist ja immer ein bisschen so eine Sache, bis man sich halt wieder eingespielt hat. Deswegen spiele ich eigentlich immer gerne am Anfang, wenn ich ein Deck wirklich anfange, wieder zu spiele. Spielen wie jetzt hier zum Beispiel den hier, spiele ich eigentlich normalerweise erstmal eine Runde Casual mit dem jeweiligen Deck. Aber heute habe ich mir gedacht, komm, gönnst du dir mal ein bisschen. Und ja, das werde ich jetzt machen. Das werde ich mir jetzt einfach ein bisschen gönnen, hier down zu ranken. Weil mir ist aufgefallen, das ist zumindest letztes Mal passiert, irgendwie, dass ich ab Rang 15 nicht mehr absteigen konnte. Was ich persönlich ehrlich gesagt sehr, sehr seltsam finde. Grüße, Werte Gegner, Gegner, Rogue. Schön, dass es dich gibt. Wir werden dich klatschen. Es gibt immer noch leider keinen Decktracker hier an dieser Stelle. Es tut mir auch leid, dass es keinen gibt. Aber es gibt sind Gründe, warum es den nicht gibt im Moment. Okay, was hat er da irgendwie, was er spielen kann? Er könnte coinen wahrscheinlich. Ich denke, es ist ein Aggro-Deck, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich denke, es ist ein Aggro-Deck. Es ist sehr, sehr schön, dass wir hier auch den Pirate-Deck, den Deckhand hier ziehen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe seit dem Update, glaube ich, meine Aggro-Decks nicht mehr geupgradet. Weil inzwischen spielt man ja nicht mehr den Small-Time-Buccaneer, sondern inzwischen spielt man ja wirklich den Saucy-Deckhand mehr, weil er halt inzwischen mehr Damage-Value reinbringt als der Ding. Was ich da sehr interessant finde, weil es ist wirklich ein Unterschied, ob man hier mit dem Saucy-Deckhand reingeht oder halt mit irgendwas anderes. Wir könnten hier removen. Ich denke auch, es ist hier der Plan an der Stelle. Auf jeden Fall ist es hier der Plan, einfach weil wir ihn hier rippen können. Und das ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Im nächsten Zug können wir dann immer noch andersweitig reagieren. Wir haben noch Removal. Wir können uns, wir können Hero-Ability spielen, können Charter rausbringen, können Saucy-Deckhand rausbringen, können Backstab rausbringen. Das ist alles in Ordnung. Wir könnten theoretisch auch, ähm, Saucy-Deckhand, Bluegill, Remove, Remove, Deckhand, Van Cleave. Fände ich eine relativ coole Kombo, wie ich finde. Machen wir jetzt auch einfach mal. Ich meine, mal gucken, ob er da irgendwie was dagegen hat. Klar, er könnte hier die Kombo spielen. Zack, Remove, Deckhand, Patches, Van Cleave, Hits, und Turn 6 jetzt auf dem Board, und Turn 4 ist auf jeden Fall schon mal eine gefährliche Sache. Ich meine, er könnte Backstab-Aviscerate haben, für zwei Mana theoretisch, wenn er so wollt. Es sind aber zwei Karten, die er auf jeden Fall rausschmeißen muss, und das ist relativ stark, wie ich jetzt empfinde so. Im nächsten Zug spielen wir auf jeden Fall Finja, The Flying Star raus. Damit können wir dann Sachen machen. Er wird jetzt hier, uh, das ist natürlich schön, dass er nur den gekriegt hat. Damit kann ich auf jeden Fall was machen. Er hat den Coin noch, das heißt, er könnte hier Coin aneinander stellen, macht er aber nicht. Finde ich sehr, sehr interessant. Finde ich sehr, 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 sehr interessant. Wir spielen also ihn hier raus, klatschen ihn, geben ihm von mir aus noch den, den, das Poison, das ist in Ordnung, Poison running through my veins, und gucken mal, erst mal 6 Damage geht. Wenn Cleave hat also jetzt, war jetzt schon mal Worth, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich meine, 6 Damage sind, 6 Damage. Könnte man, könnte man fast so sagen, liebe Leute. Das ist uncool, dass wir ihn nicht removeen können. Ich hoffe, er spielt noch ein Mineroff. Hm, ihn können wir nicht removeen. Ihn können wir nicht removeen. Das ist ganz schön uncool. Hit, kill, er wird gebuft. Ja, 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 ich denke, das ist machbar auf jeden Fall. Wir spielen das hier. Ah, Moment mal, wir machen hier mal keinen Scheiß. Er töte den, das ist in Ordnung, und dann machen wir es so, er überlebt noch. Wir ziehen 2 Myrlox aus dem Deck. Oh, Doppel-Buff-Action des Todes ist hier ready, Leute. Doppel-Buff-Action des Todes ist hier ready. Hit, Murability, Face, Enter. Relativ starkes Board, wie ich finde. Relativ starkes Board. Ich hoffe, er hat jetzt nicht irgendwie Vanish. Vanish wäre ganz schön uncool. Aber Vanish spielt man, glaube ich, nicht mehr in dem Deck. Jetzt gucken wir mal, wie viel er hat. 9 Handkarten. Er hat auf jeden Fall eine große Auswahl. Wir können aber jetzt im nächsten Zug, wenn er unser Board so lässt, wie es ist, gehen wir mal davon aus. Oder gehen wir mal davon aus, der Töte Finja. Dann haben wir immer noch 6 und 5 und 5. Das heißt also, wir haben 16 Damage. Das heißt, wir haben Eviscerate und Leeroy. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall klar. Er zieht eine Karte, er denkt, oh aha, er kann mich nicht töten. Hat er den Baxter ready? Coin. Okay, Eviscerate kommt auf jeden Fall raus. Eviscerate auf dem Finja. ein Jade Shuriken. Interessante Sache, liebe Leute. Interessante Sache. Aber damit ist es trotzdem GG, wie ich das jetzt richtig, wenn ich das jetzt richtig sehe. Er hittet hier rein, holt sich noch ein 4-4er Jade. Das macht aber nichts mehr aus, Leute. Das ist jetzt schon ein Well Played hier an der Stelle. Wenn ich jetzt ein 16, 16, wir machen also hier Hit, Hit, Hit. Dann spielen wir den guten Leeroy. Leeroy und machen dann noch ein Evis. Well Played. Aber wir spielen sogar den Smalltime Buccaneer auch noch hier drin. Das finde ich interessant. Ich finde ihn trotzdem so eine coole Karte an sich. Es ist eine schöne, eine gut gestaltete Karte. Nur war er halt nicht ganz so ausgereift, wie er hätte sein sollen, meiner Meinung nach. So, wir spielen jetzt noch eine Runde mit dem Menagerie Rogue. Ich finde, es ist ein mega gutes Deck, Leute. Es ist ein mega gutes Deck. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen von wegen, ja, warum man hier im, also man kann es ja sagen, im Menagerie Rogue spielt man, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Strangerthorn Tiger, also den 5-5-5-5-Mana mit Stealth. Und die Frage war halt, warum spielt man den da drin? Aber halt, den anderen hier nicht. Wie heißt der andere Dude hier? Diesen Lotus Assassin. Ja, Leute, die Antwort ist eigentlich, wir spielen hier schon mal, das heißt Agro, wir behalten mal Fan of Knives. Die Antwort ist eigentlich relativ simpel, wie ich finde. Erstens mal ist der Strangerthorn Tiger keine Epic. Das heißt, man braucht ihn nicht unbedingt. Warum sollte man was Teures craften, wenn man eh was Billigeres dann dafür benutzen kann? Machen hier an der Stelle einen Turn, grüßen hier. Wir gehen hier nicht face. Ich meine, er könnte unser Board jetzt direkt schon rippen, theoretisch. Wir warten jetzt mal erst vor dem Golem spielen, denke ich. J-Claw ist an der Stelle auch ein relativ gutes Spiel. Hier ist der Strangerthorn Tiger. Der ist sogar nur eine Common, liebe Leute, nur eine Common. Das ist also eigentlich relativ gut. So, wir spielen an der Stelle hier mal Hero Ability Hit. Vollkommen okay. Ich hoffe, er wird jetzt nichts weiteres rausspielen. Ansonsten können wir Agent Horse Rider coin, South Sea Deckhand spielen. Das ist eigentlich schon eine relativ gute Kombo, wie ich finde, weil er unser Board nicht removen kann. Das ist gut, er spielt das hier raus. Ich hoffe, es ist ein Torntodem, das ist sehr, sehr schön. Er ist auf jeden Fall Control, so wie ich das jetzt erkenne. Oh Leute, das wird ein ganz schön cooler Play bald. Ein ganz schön guter Play hier jetzt dann. Wir behalten unsere Waffe auch, wir hitten ihn hier jetzt nicht für 1. Menagerie ist Midrange, Leute. Menagerie Rogue ist auf jeden Fall Midrange, das heißt, nicht volle Kanne fix gehen, Leute. Das ist eine wichtige Regel, die ihr euch einprägen müsst. So, das sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. Können wir jetzt schon was Gutes spielen? Da, oh, Patches. Was machst du denn hier? Patches, was machst du denn hier? Wir spielen also raus. In here Patches, 2 Mana, 2 Mana, Coin, Ding, das reicht perfekt. Und wir spielen einiges raus. Das ist halt geil, weil wir auf jeden Fall ein Backstep gewesen. Aber, der Backstep kriegt man halt nicht geschenkt, liebe Leute. Den Backstep kriegt man auf jeden Fall nicht geschenkt. Wenn Cleave, ich hoffe, er hat keinen Frog, sonst ist es halt jetzt hier dumm gelaufen, wenn ich ehrlich bin. Können hier Hit machen, Hit machen, Face, Face and Turn. Bitte habt keinen Frog. Ich wäre dir dankbar, mein Freund, weil wenn Cleave ist, einfach eine starke Karte, Leute, ganz klar, wenn Cleave ist, eine der stärksten Legendaries im Moment in der Meta, besonders mit Stealth halt, aber dadurch, dass Stealth halt jetzt rausrotiert, ist es halt nicht mehr so cool. Okay, er hat den Frog Ready, schade eigentlich. Aber es kostet ihn drei Mana. Das ist okay, damit kann ich auf jeden Fall auch klarkommen. Okay, er will den Card Draw auf jeden Fall generieren, den schenken wir ihm, aber im Moment noch nicht, hätte ich gesagt. Gehen wir auf Stealth? Ne, wir ziehen eine Karte, Leute, wir ziehen eine Karte. Azure Drake aufs blanke Board ist eigentlich relativ gut. Da ist noch ein zweites Biest, unser Jungle Panther, das ist ja auch so eine der Karten, die man eigentlich sonst nicht in der Meta sieht. Aber jetzt trotzdem gespielt wird, okay, Jade Lightning, das hätte uns also nichts gebracht, hier irgendwas anders zu spielen. Er geht schon auf einen 3-3er zu, das ist eigentlich uncool, aber trotzdem kommen wir damit noch easygoing klar. Wir können auch jetzt hier in die Richtung Stealth spielen. Moment, wir spielen jetzt an der Stelle drei. Card Draw, sehr, sehr schön. Board Removal and turn. Der Rogue ist halt dafür bekannt, dass er halt extrem viel und extrem sickes Removal hat und das ist halt wirklich ein Vorteil, den wie Kana so schnell nimmt. Die einzige Sache, die ich eigentlich noch ein bisschen vermisse, ehrlich gesagt, am Rogue, ist der Essnes Ding, also so ein Komplett Removal, wenn ihr wisst, was ich meine. Also wirklich so ein Komplett, Komplett Removal. Jetzt müssen wir mal gucken, wir können hier mit Hero Ability können wir auf jeden Fall arbeiten. Das wären dann, Azurdrake wären drei, damit könnten wir das direkt wegmachen. Wir spielen Azurdrake, dass das hit, das ist gut, Leute, das ist sehr, sehr gut sogar. Azurdrake, Kill. 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 Extreme Board Control, liebe Freunde. Der Strangathon Tiger ist hier eigentlich nur drin, um zu liefern, wie ich finde. Es ist eine mega starke Karte, dafür, dass er 5,5 Stealth hat. Ist er echt gut. Jetzt kommt der nächste Jade Lightning auf den Dude hier drauf. Das ist nicht so schlimm, wie ich finde, aber trotzdem, er spawnt sich schon ganz schön krasse Jade. Hat er den den Finn Fisch da, der sich, der hier, der hat ihn wirklich, das ist uncool. Aber da komme ich noch mit klar. Wir ziehen halt gerade nicht die richtigen Karten, wie ich finde. Wir ziehen echt nicht die richtigen Karten. Wir spielen hier Stealth an der Stelle. Wir kontrollieren theoretisch eine Waffe, das heißt, das wäre ein Dreier-Dude. Bringen uns aber nicht so viel. Wir spielen Doppel-Stealth an der Stelle und gehen. Lasst mich kurz überlegen. Den können wir töten, dann hat er nur noch den da, aber der ist relativ strong. Den können wir töten, können das töten, das wäre eigentlich möglich. Ne, wir gehen face erstmal. Wir gucken, wie er hier auf das Board reagiert. Ich meine, er kann hier an dieser Stelle einfach einen AOE-Spell spielen. Genau jetzt kann er nämlich unser Viecher töten. Wenn er jetzt Mastrom-Port, okay, es tötet zumindest nur einen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir haben auch noch einen Heal für alle dabei. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt wäre es halt praktisch, Fan of Knives zu ziehen. Corada ist auch gut an der Stelle. Auf jeden Fall. Corada ist sehr, sehr gut an dieser Stelle. Corada also mal hier. Finja, bitte raus. Lugel Warrior ist nicht das, was ich hier haben will eigentlich. Aber der Azudrake, Spell Damage ist eine Sache, die man hier auf keinen Fall haben will. So. Sechs Damage. Eins hat er perfekt. Eins, drei sind vier und zwei sind sechs. Die Frage ist nur, ob er alles rein tradet oder nicht. Ich denke nämlich nicht, weil es wäre dumm, wenn er alles rein traden würde. Von den Karten her hat er den Vorteil im Moment. Muss ich ganz klar sagen, aber man muss auch sagen, dass der Schamane einfach in der Hinsicht das stärkere Matchup hat. Also ganz klar hat er das stärkere Matchup, einfach weil die Schamanen so sick von Blizzard gebufft wurden. Das ist echt krass. Wenn ich mich da, ich finde es eigentlich relativ interessant, wenn ich jetzt einfach mal so zurückdenke. Okay, ich spiele jetzt Chieftain, das war mir fast schon klar. Wenn ich mich jetzt wirklich an die komplette Anfangszeit von Hearthstone zurückerinnere, damals, wo wirklich noch komplett start, war der Elemental Schamane, also den werden die meisten Leute schon gar nicht mehr kennen, das ist well played, das ist leider ein G4. Der Elemental Schamane war damals ein, war das Beste, was man haben konnte an Schamanen und das war einfach kein gutes Deck, wie ich fand. Damals war der Schamane wirklich, wirklich schwach. Und jetzt inzwischen ist es halt so geworden, dass der Schamane halt inzwischen wirklich aufholt und er regiert die Metas einfach nur, Leute. Er regiert im Moment einfach die Metas und das finde ich sehr, sehr schade, weil damit übertreibt Blizzards ein bisschen. Allein schon die Karte, die ich jetzt schon wieder gesehen habe, im neuen, wie heißt es nochmal hier, was man, hier dem neuen Set, der Volcano, finde ich mega krasses Removal. Drei Mana, zwei Overload und 15 Damage aufs Board einfach nur. Zwar auf alles, aber dafür 15 Damage aufs Board. Wenn ihr ein leeres Board habt und ihr spielt dann raus für drei Mana, ist das Board RIP. Es ist aber mal sowas von RIP. Klar, im Late Game ist es nicht gut, aber im Early Game dafür umso mehr. So, Cthuln Mage oder Eiskalt. Wir müssen nämlich noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen wir noch eine Mage Quest hier erledigen. Das werden wir einfach mal machen. Hunter oder Mage. Können auch mal wieder in den Wild Mode switchen und dann spielen wir eine Runde Mag Mage. Ich weiß gar nicht, was ist denn mein Mag Mage nochmal? Ich glaube, der Mag Mage ist der extrem aggressive, oder? War das nicht so? Na, es ist der extrem aggressive. Gut, wir spielen den extrem aggressiven Mag Mage jetzt einfach mal. Einfach mal nur, um ein bisschen Mag Mage wieder zu spielen. Ich habe mal wieder Bock drauf. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge einfach mal wieder eine Runde richtig coole auf die Eier actionieren mit unserem Egg Druid. Könnten wir auf jeden Fall mal wieder machen. Hätte ich auch mal wieder Lust. Aber wir müssen ja gucken, dass wir im Rank ein bisschen hochkommen. Es kann sein, dass hier diese Golffahrer, der coole Golffahrer, erkennt ihn nicht, der Golffahrer, dass wir hier gegen den Golffahrer ein bisschen Probleme haben, wenn er ein Egg Druid spielt. Ich finde die eigentlich die Starter sind relativ cool. Wir machen Polymorph, nehmen wir weg. Wir sind ja ein aggressivester. Oh Leute. Oh Leute. Turn 1, Turn 2, das hier plus den hier, well played. Grüße. Könnte jetzt schon fast ein well played sein. Oder auch nicht, Leute. Man kann das nicht so pauschal sagen, so direkt. Das könnte jetzt schon well played sein, obwohl die Starter wirklich, wirklich strong ist, liebe Leute. Er kommt halt nicht durch. Wir müssen halt hoffen, dass er keinen Swipe hat und kein Early Game. Wenn er kein Early Game hat, könnte das für uns sehr, sehr gut enden, Leute. Sehr, sehr gut. Besonders mit dem Fail Reaver relativ early. Den können wir dann auf Turn 4 rausspielen. Theoretisch werden wir länger warten mit dem Magwarber, können wir ihn auf Turn 3 rausspielen. Aber ich will den dann Neuutron relativ early rauscoinen, dass wir hier ein paar Sachen haben. Ich hoffe, er hat keinen Wrath. Er hat natürlich das Wrath. Wir können das auch anders sein. Aber das Gute ist, er removed damit komplett die Sache und hat nichts rausgespielt. Das heißt, wir spielen also jetzt den hier raus, coin, spielen den hier raus und können im nächsten Zug eigentlich easygoing mehr für 2 rausspielen. Können vielleicht, wenn wir Glück haben, noch einen 3er Draw rausspielen. Hier, Palo de Treader wäre natürlich idealer Draw jetzt an der Stelle. Aber ich finde, das Board ist auf jeden Fall schon mal gut. Er kann hier eigentlich relativ wenig machen. Er müsste hier die Hero Ability machen. Es ist ein Cthul, das finde ich cool, Leute. Ich finde es gut, dass Leute immer noch so variabel sind und Cthul-Sachen spielen. Wir gehen hier eigentlich gar nicht drauf ein, wir machen hier einfach wirklich ein bisschen Druck, damit wir über den Fall River reingehen können, weil, wie ihr wisst, hat der gute Droide kein wirkliches Removal, außer jetzt zum Beispiel den Ding, okay, er wird wahrscheinlich einen Swipe haben. Okay, das ist zwar kein Swipe, aber das ist auch ärzend, wie ich finde. Gut, wir werden jetzt hier an dieser Stelle natürlich den Feuerball rausspielen. Es bringt hier nichts, ihn raus zu spielen. Gehen dann hier natürlich drauf, machen hier den Hit und machen hier weiterhin Damage. Ich meine, klar, er kann ihn jetzt zerstören, aber wir haben E5-Mahnen, können wir den Fall River auch für 5 raus spielen, das ist okay, aber er müsste dafür die Hero-Ability nutzen und das ist eigentlich relativ gut. Swipe wäre hier jetzt ein bisschen ätzend, Feral Raid, okay, er geht auf Angriff. Was tut er hier? Was tut er hier? Das ist nicht so schlau gewesen, mein Freund. Lieber Golffahrer, das war nicht sehr schlau, wie ich finde. So, zack, Fall River raus, Phase and Turn, gucken mal, was wir hier machen. Es ist ein 8-8er, Leute. Klar, er könnte jetzt innovaten, und ganz viele kleine Sachen spielen und sowas, aber wir haben Dr. Boom auf der Hand, das heißt also, wir sind schon relativ safe, Leute. Okay, er spielt einen 3-6er raus, schade. Es ist uncool, dass wir den verbrennen, es ist uncool, dass wir den Pirate Trail auch uncool, dass wir verbrennen, aber wir ziehen einen relativ guten Draw, wie machen wir hier so, zack, machen hier den Ping, gehen für zwei Phase. Wir hätten auch schieben können, damit hätten wir einen größeren Vorteil wahrscheinlich gehabt. Da war ich jetzt unaufmerksam, liebe Leute, das war mein Fehler, leider. Das Gute ist, er nutzt seinen Vorteil hier nicht. Seht ihr, aber das ist jetzt wiederum eine Sache, wo ich mir sage, okay, fuck, der hat auch taunt. Das ist jetzt wiederum eine Sache, wo ich sage, okay, es ist jetzt besser gewesen, dass ich das hier so gehalten habe. Mana Wirm, das ist Mana Wirm so okay an der Stelle. Jetzt gucken wir mal, wir machen hier, der macht zwei Damage, gell? Das ist gut, Leute, das ist wirklich gut. Können wir nämlich so machen, dann können wir so machen, dann machen wir Rip Board oder Rip Horse Stone, das ist jetzt auch eine Möglichkeit. Und dann können wir endlich Phase gehen, Leute. Nächsten Zug, dann Dr. Boom raus und dann schauen wir mal, ob er hier noch irgendwie was zu kontern hat. Acht Mana, wird vielleicht den Dicken Thorn spielen. Er hat jetzt Bishop of Cthul, das ist interessant. Wir millen uns halt jetzt ordentlich zu Tode, wir haben beide Feuerbälle schon weg, wir müssen jetzt mit Dr. Boom auf jeden Fall hier klarkommen. Okay, nochmal, millen, eine Runde millen. Wir haben noch vier Karten in unserem Deck, hier zündet er trotzdem, das heiße wir millen nicht mehr weiter. Jetzt haben wir eine relativ gute Chance hier eigentlich ihn zu töten. Dr. Boom into Arcane Missiles, vielleicht Feuerball, Frostbolt, ist also ein Well Played, wir machen hier jetzt gar nicht lange drum rum, wir machen einfach hier den Frostbolt raus und fertig. Nein, wir hätten Dr. Boom spielen können, wir hätten ja auch Missile spielen können, aber wir müssen das ja hier nicht großartig rausbaten noch irgendwie. So was macht man nicht, liebe Leute, so was macht man nicht. Damit haben wir auch noch den zweiten Victory. Ich bedanke mich immer jetzt recht herzlich auch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir haben auch inzwischen 900 Gold, das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht werden wir 150 Gold mal wieder für die Arena investieren. Mal schauen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, haut rein, man hört sich, Türoli.